Von der Nummer 1 zum Tribünengast. Tim Wiese wird am Samstag beim Spiel von 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg nur Zuschauer sein. Der 31-Jährige kann nicht mehr und der Verein hat das für ihn entschieden. Ja, diese Monate, die der Tim da miterleben musste jetzt hier bis zum heutigen Tag, ein Stück weit für mich auch unmenschlich ist, dann auch auf den Platz die Leistung bringen zu können. Und ich denke, die Verantwortung, die haben wir jetzt genommen, um ihn in der Situation auch ein Stück weit zu befreien. Ob Tim Wiese überhaupt noch einmal in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen darf, ist ungewiss. Trainer Marco Kurz will ihn schützen. Die Kritik nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt überrollte den neuen Coach. Ich habe da das erste Mal eine Dynamik gespürt, eine Energie gespürt, die für mich neu war. Ich sage das ganz, ganz deutlich, neu war, weder als Spieler noch als Trainer. Da hatte ich jemals so eine Wahrnehmung. Das hat sich in den Tagen darauf verstärkt. Das hat sich gefestigt, sodass eine Dynamik in diesem Thema ist, die aus meiner Sicht, was meine Person betrifft, nicht zu händeln ist, nicht zu korrigieren ist. Hoffenheim steht in der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Wiese, der erst im Sommer von Bremen nach Hoffenheim gewechselt und direkt zum Kapitän ernannt worden war, hatte daran mit seinen schwerwiegenden Patzern einen entscheidenden Anteil. Die öffentliche Kritik konzentrierte sich fast ausschließlich auf den Ex-Nationalkieper. Deshalb, das ist kein Geheimnis, bemühen wir uns um eine Alternative im Tor, weil ich auch den Druck, diesen wahnsinnigen Druck, diese wahnsinnige Ausgangslage von einem Spieler nehmen muss, der sie überhaupt nicht greifen kann, der sie überhaupt nicht bewältigen kann. Anders als bei Wieses Degradierung unter Extrainer Bubble ist nun also nicht nur die Leistung ausschlaggebend. Es ist einfach so, dass dieser brutale Druck bei einem Menschen auch irgendwo hängen bleibt. Ich kann aus eigener Erfahrung schildern, wenn man sechs Monate oder sieben Monate derart unter Druck steht, dann ist es ein Stück weit auch verständlich, dass man die Leistung, die man von sich selber erhofft, die der Klub von einem erhofft, dass man die auch nicht so zeigen und bringen kann. Tim Wiese ist somit vorerst aus der Schussbahn und in Eorel Jugomisch hat man bereits einen Nachfolger gefunden. Bleibt die Frage, inwiefern das den Hoffenheimern im Abstiegskampf hilft.